Felix Sturm steht vor einer Rückkehr in den Boxring. Der Dopingprozess gegen den 39-Jährigen ist geplatzt. Die achte große Strafkammer in Köln lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, da kein hinreichender Tatverdacht gegen den Ex-Champion laut Anti-Doping-Gesetz bestehe. Das bestätigte Sturms Anwalt dem SID. Am Montag twitterte Sturm daraufhin, 29 Jahre in diesem Sport, 29 Jahre sauber, ich komme zurück. Damit steht nach jetzigem Stand einem Kampf gegen Ex-Weltmeister Arthur Abraham nichts mehr im Wege. Sturm war im Februar 2016 positiv auf die Anabolesubstanz Hydroxy-Stanozolol getestet worden. Zu einer Sperre kam es nicht. Sturm hatte seinen WBA-Titel im Supermittelgewicht im Oktober 2016 niedergelegt und seitdem auch nicht mehr im Ring gestanden.